Das Original ist irgendwann, wahrscheinlich am Ende des 4. Jahrhunderts vor Christi, wahrscheinlich in Zweistromland entstanden. Tafelgemälde, dann gab es eine griechische Kopie davon, die später dann in Pompeji verschüttet wurde, bei dem Vulkanausbruch 71 nach Christi. Von dieser Mosaikkopie ist eben hier unser Liebenberger Fliesenbild entstanden. Insofern haben wir es mit einer Kopie von einer Kopie zu tun. Ende des 18. Jahrhunderts vor Christi Pompeji wiederentdeckt, diese verschüttete Stadt. Und 1831 wird die Casa del Fauno wiederentdeckt. Und dann geht sofort ein Raunen durch die Kunst und intellektuelle Welt, die bei Goethe unter anderem zu dem Ausspruch oder zu der Einschätzung führt, das sei eines der königlichsten Mosaike, was man überhaupt aus der Antike überliefert habe. Die Zeichnungen kursierten durch Europa und so scheint dann dieser Auftrag ausgelöst worden zu sein vom preußischen Hof, Friedrich Spillen IV., der sich also hier eine Kopie bestellt hat. Und unser Karl Adolf zu Härtefeld, der eben ein guter Freund des preußischen Königs war, der durfte sich offensichtlich auch eine bestellen. Nach Liebenberg und die Liebenberger Provinz kam es wahrscheinlich 1843. Konservierung, das bedeutet, dass wir den Bestand sichern, dass wir die Substanz, so wie sie uns durch die Geschichte hindurch überkommen ist, erhalten in einer Art und Weise, dass diese Geschichte auch bald lesbar und erlebbar bleibt. Um die Menge der Schäden wirklich erfassen zu können, machen wir eine sogenannte Schadenskartierung. Was an dem Fliesenbild am meisten vorkommt, wäre der Abrieb von der Glasur. Da kann man hier diesen ganzen großen Bereich sehen, der eigentlich nur noch weiß ist. Was man hier im Rand sieht, da war überall dieses Muster ursprünglich. Und in dem Bereich ist es aber so abgerieben, dass diese Dekoration komplett verloren gegangen ist. Nutzungsbedingt gab es dann vielleicht Wege. Also vielleicht hat dann irgendwie der Diener immer diagonal die Halle durchschritten. Und dann gibt es Abnutzungsspuren, die eben darauf zurückzuführen sind. Dadurch, dass es aber einen geschichtlichen Hintergrund hat, kann man es als Schaden formulieren. Man kann es natürlich auch als Alterswert formulieren. Das ist eine Interpretationsfrage. Das ist eine Angelegenheit in der Vergangenheit. Schraubungsspuren. Tschüss. Vielen Dank.